Hallo, zurück bei GTA 4. Ja, diesmal habe ich Willkommen rausgelassen. Ich muss ja jetzt irgendwie immer die Einleitung variieren. Nehmen wir mal am besten den Anruf von Lil Jacob an. Hallo! Hä, was jetzt? Der warnt uns vor der, aber im Endeffekt will er doch, dass wir Geschäfte mit der machen. Ah, ja, ähm, gut, jetzt dürft ihr euch aussuchen, wo wir eher hinfahren. Playboy X oder, ähm, Manny, ach, Manny. Hm, hm, naja, ich würde ja eher zu dem fahren, der mir am nächsten ist, aber weil ich das immer mache, fahre ich heute mal lieber dahin, wo es weiter hin ist. Ja, ja, ich nehme auch mal die langen Wege auf mich. Irgendwann muss man das ja machen. Das Beste kommt schließlich zum Schluss und ich glaube, die Missionen bei Playboy sind ein bisschen, äh, besser. Schon allein, weil er in dem besseren Stadtteil wohnt, aber nichts gegen Buoka, nein. Oder Bohen oder was auch immer. Ich verwechste immer Buoka und Bohen, einfach nur, weil beides mit B anfängt. Ähm, wir haben ja gerade auch noch eine SMS bekommen von, yo, Manny, ich habe eine Sache am Laufen. Komm, äh, bei meiner Hütte vorbei, ich habe Arbeit für dich. Ach, Playboy, okay. Ähm, nee, warte, Tele-Nachrichten. Ich muss gleichzeitig fahren, keine Unfälle bauen und muss SMS lesen. Das ist ganz schön schwierig. Aber bis jetzt mit Bravour gemeistert. Ja, das heißt, das... Wow, man. Enby, Taxis sind zu toll, du sollst dir kein Geld vergoiden. Wurf mit allem, weil ich dir ein Fahrer schicken soll. Wow, man. Cool. Ach ja, stimmt, der hat ja wieder ein Taxidepot. Ja, das ist schon ziemlich nice. Und ich glaube, diesmal sehen die Taxis auch ein bisschen mehr wie die Autos aus, neben denen wir gerade herfahren. Nur etwas, ähm, schwärzer. Und, ähm, etwas Taximäßiger. Und Boosie sagt uns auch noch was. Yo, hab über dein heißes Date auf der Liberty Tree Website gelesen, Alter. Da hieß es, du säest alt aus. Du musst was dagegen tun. Alter, ich lasse mich die ganze Zeit spritzen. Es muss dir nicht peinlich sein, gut auszusehen. Ausrufe, Zeichen, Leerzeichen, Binde, Strich, B. Wer könnte das bloß sein? Naja, ich will das ein bisschen gar nicht wissen. Bestimmt nur irgend so ein Verrückter, der sich mit uns anlegen will, unser Geld klauen will und uns dann rapen will. Manny Escuela kombiniert eine kraftvolle Urbane Masculinität mit einem Lichter-Sund. Hier, shortly after cleaning up five blocks, he teaches... Teaches a couple women. Yo, man, you made me look gay, man. I warned you, bro. What? No, you don't look gay. You look a little metrosexual or something. Metro's good. Man, who the hell ever heard of a metrosexual ex-gangster, man? I'm a lord, man, not a lady. This show is gonna make me famous. You are gonna be famous. Yo, Nico, man, what am I supposed to do here, man? I got this film genius here, making me look like a transsexual or something on TV. And now, some punks been talking all kinds of shit, too. What punks? Man, bitches I used to roll with. Guys caught up in the game. Punks in 2D, man. Yo, I tried, man. I tried to be a good guy. I said I'm reformed, man. But I'm pure ghetto, man. And this show is garbage. Oh, come on. We don't have to kill a shot, man. Jeez. We need to go bust somebody, man. Do what you want, as long as it doesn't involve me. Hey, yo, man, we're brethren, right? Give it up, man. All right, man, yo, listen. Can you shut these punks up for me, please? Where are they? They're gonna be coming in on the L-Train, man. From Algonquin to Dukes, man. Hey, I owe you, man. I owe you big time. Okay. You see that, man? You see that, man? Yo, that is streets right there, man. Not none of this shit. Got me dancing in skirts with people in the neighborhood, man. What the fuck is that, man? Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Vor allem, weil er einen Fernseher mit mir vergleicht. Da gewinne ich doch natürlich. Good old Nico wins every fight. Ähm, okay. Fahr zu Algonquin Bridge. Ja, das mache ich sofort. Ich versuche mich gerade dran. Ich glaube, die Mission, da müssen wir in so einen U-Bahnhof oder so einen Hochbahnhof reingehen und dann warten die alle auf einer Ebene auf uns. Ich glaube, so eine Mission ist das. Wow, ich habe euch gespoilert. Ihr müsst sofort ausschalten oder ihr werdet in die, äh, 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 ähm, wahrscheinlich passiert gar nichts, wenn ihr nicht ausschaltet. Ähm. Mein Gott, fahr doch. Okay. Dafür nehme ich dann auch eine Polizeifahrtung auf mich. Der Typ fuhr doch einfach nicht. Kannst du nicht machen. Da im Übrigen rechts war gerade eine Straßenabsperrung. Ich glaube, da fahre ich irgendwann mal einfach so durch, um zu sehen, was da unter dieser Brücke ist. Für eine unbekannte Gegend. Vielleicht landen wir dann in Narnia. Andererseits müssen wir dazu durch U-Bahnhöfe und durch Tunnel laufen. Soweit ich das aus den Trailern für diese Filme bekommen habe. Oder? War das nicht so? Also im letzten Narnia-Film, den ich überhaupt mitbekommen habe, vor ein paar Jahren war das, glaube ich, sogar noch, ähm, oder, das ist eigentlich schon ewig her, vor ein paar Jahren. Das ist ein Filmgeschäft, irgendwie eine halbe Ewigkeit, aber, ähm, ja, keine Ahnung. Im letzten Trailer habe ich irgendwann gesehen, dass die irgendwie durch einen U-Bahn-Tunnel laufen und dann nach Narnia kommen. Komische Geschichte. Und wie komme ich von GTA 4 auf Narnia? Das möchte ich bitte auch mal erklärt haben, aber auch egal. Warte. Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Diesen Tunnel habe ich noch nie gesehen. Erstaunlich. Und dass hier hinten nichts versteckt ist und eine geheime Waffe oder so, oder eine Taube. Ich folge jetzt einfach mal den Schienen. Ich habe doch nie bemerkt, dass hier Schienen sind. Cool, da hinten sind die Zwei. Ach, das ist eine Rampe. Komm, machen wir mal einen Monster-Stunt hier. Mit dem Opel Corsa. Ja. Naja, es ist vielleicht nicht der Corsa und es ist vielleicht auch nicht unbedingt, ähm, ja, ein ähnliches Auto, aber egal. Und. Nein. Nein. Das war nicht mein Ziel. Fuck. Ähm, ähm, was wollte ich irgendwann mal sagen? Irgendein verharmenlosendes Wort für... Fuck. Entschuldigung, ich habe es schon wieder gesagt. Ach, ich wollte nur einen Monster-Stunt machen und dann fährt der auf einmal ins Wasser rein. Ich habe doch gebremst. Ah. Jetzt müssen wir uns ein neues Auto suchen. Was für eine verbrecherische Welt. Ähm, gut, was, wo kommen wir denn hier? Guck mal. Ha, ha, ha. Ja, da ist eine Taube, ja. Ach, nee, ist keine Taube. Molotovs. Schaut mal, was wir alles hier finden. Einfach nur, indem wir ins Waffa... ins Waffa... ins Wasser gefahren sind. Also das mit den Versprechern ist seit dem, äh, vorletzten Part nicht viel besser geworden, aber wenigstens seltener. So, 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 so. Mal eben schnell zurück zur Straße. Aber trotzdem war es schön, mal festzustellen, was hier unten denn ist. Ich glaube, im Normalspielbetrieb oder so wäre ich nie hier unten hingegangen zum Wasser und dann hätte ich da vor allem nie die geheimen Tunnel entdeckt. Also gut mehr oder weniger geheim, aber egal. Wo müssen wir überhaupt hin? Da, schau mal an. Können wir nicht irgendwie da hochfliegen? Nein, wahrscheinlich nicht. So. Oh. Was? Na, warte. Raus mit dir! Ha. Das nenne ich Gerechtigkeit. Der Typ fährt mich an, dafür klaue ich sein Auto. Keine Sorge, keine Sorge, mein Herr. Ich behalte das Auto nicht. Ich werde es verkaufen und für die Behandlung das Geld ausgeben. Ha, ha. Oder ich werde mich einfach selbst heilen und das Auto behalten. Ganz wie es ein echter Gangster tun würde. Ja, ähm. Und das ist jetzt gerade alles in den letzten drei Minuten passiert. Oder vier Minuten, indem wir da auf die Gleise gefahren sind. Ist das nicht interessant? So, ähm. D-Lisa Prime. Cool. Stimmt, irgendwie so ein Supermarkt für außergewöhnliches Essen oder sowas hier. Keine Ahnung. Ah ja, gut. Ich glaube, ich kenne die Mission noch. Ja, ich glaube schon. Ach nee. Ach, das doch. Oder? Weiß es. Doch, doch. Das ist die Mission. Aber wir müssen zuerst den Zug verfolgen. Daran konnte ich mich nicht mehr erinnern. Folge den Zug und schalte sie aus, wenn sie aussteigen. Ah, solche Missionen mag ich. Zügen folgen. So. Aus dem Weg, bitte. Warum hören diese Betonsäulen nicht auf mich? Was? Nein. Ich wollte doch nur folgen. Warum ist... Hä? Ich wollte gerade rechts abbiegen. Ich wäre dem Zug gefolgt. Muss ich nicht diesen Berg hochfahren? Ah, so eine Verarsche. Ja, danke. Ich darf mich wieder zu Algonquin Ritual geben. Ah, wenigstens haben wir unser Auto zurück. Toll, das macht die Situation so viel besser. Hä? Also die Logik von manchen Missionen ist nicht so ganz plausibel. Ich meine, ich habe den Zug ja nicht verloren. Wir wissen ja, wo er langfährt. Nicht, äh, wenn es jetzt so wäre, dass da irgendwie 20 Gleise nebeneinander wären, die alle Abzweigungen hätten, dann hätten wir für den vielleicht verlieren können, wenn wir an der mehrere Züge gleichzeitig unterwegs gewesen wären. Aber so doch nicht. Das ist eine Strecke da drüben. Ah. Naja, wenigstens wissen wir jetzt, dass wir uns nicht weiter als 100 Meter irgendwie entfernen dürfen von diesem Bus. Oh. Entschuldigung, mein Herr. Die Reparatur bezahle ich Ihnen. Von dem Geld, das ich durch den Verkauf dieses Autos bekomme. Natürlich werde ich das Auto niemals verkaufen. Nein. Ich fahre es eher kaputt. Ja, so wie es ein richtiger LPA tun würde. Komm, weg mit dir. Ich habe mal richtig Lust, gerade wieder mal gar nichts zu sagen. Vor allem, nachdem ich jetzt so viel, keine Ahnung, Blödsinn gemacht habe. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, weniger zu reden. Ah, ich glaube, ich sollte gleich Heavy Rain aufnehmen. Ich glaube, das werde ich auch tun. Ja. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Gut. Ich glaube, das interessiert euch nicht. Deswegen, eine halbe Minute schweigen. Und guck mal was, Baby. Die B*** ist weg. Aber ich bin nicht eine B***. Ich bin ein Mann. Ah. Du weißt, wenn du in den Straßen in Liberty City, du siehst immer eine Filmkruppe, mit einem kleinen TV-Shirt, und der Schraubendreher. Wie hier. Diese Filmkruppe hat diese ganze Straße in Liberty City blockiert. Und ich weiß, dass ich nach einem Zeitpunkt als Fluffer bin. Aber die beste Sache, die an diesen Filmschüten, ist die Kraft-Services-Table. Being famous bedeutet, dass du ein Buffet brauchen, wo du gehst, wo du gehst. Und jetzt werfen wir bitte nicht vor, dass das vielleicht keine halbe Minute gewesen ist. Aber ich muss einfach reden. Es geht nicht anders. Ich glaube, das ist ganz gut, dass ich diese Videos mache. So kann ich wenigstens... Keine Ahnung, habe ich genug Zeit zum Reden. Und ich rede viel. Und, ähm, falls ihr mich jetzt darauf anspricht, warum willst du uns denn nie in Skype oder so enden? Weil manche Leute wollen mich halt in Skype enden oder sonst wie mit mir reden. In meiner Freizeit rede ich gerne, wenn es um diese Videos und so geht. Aber wenn ich diese Videos erst mal mache, dann habe ich vor allem vorher und nachher eigentlich Bock, eher meine Stimme ein bisschen zu schonen, weil wenn ich das die ganze Zeit machen würde, ich glaube, irgendwann konnte ich nicht mehr reden. Ich verausgabe mich hier für euch. Oh, warte, rechts. Ja, ich werde die nicht verlieren. Auf keinen Fall, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ah, so, wir sind wieder drunter. Wo fahren die Gleise denn, warte, da hinten links. Hier machen die eine Kurve. Eigentlich finde ich solche Hochbahnen ziemlich cool. Kennt ihr die Wuppertal-Schwebebahn? Sowas mag ich auch sehr gerne. Also mit der Schwebebahn fahre ich gerne, ja. Wenn ich denn mal im Wuppertal bin, dann achte ich auch jedes Mal drauf, dass ich irgendwo dahin muss, wo ich mit der Schwebebahn hinkomme. Kann ich empfehlen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nach Wuppertal zu kommen, dann fahrt mit der Schwebebahn. Es ist ein Erlebnis. Und das ist es wirklich. Wenn man zumindest das nicht als normal ansieht, mit sowas zu fahren. Denn es ist, wenn man das lange nicht macht, zwischendurch immer wieder cool. Wie weit fährt die denn noch? Wo? Warte, jetzt hier kurz Umweg. Achtung, Achtung. Bitte nicht wegfahren. Einen Moment. Liebe Hochbahn, du bist verfolgt. Bitte fahr nicht weg, bitte fahr nicht weg. Nein. So, und wir sind wieder drunter. Perfekt. Cool wäre es ja auch, wenn man die Hochbahn irgendwie klauen könnte. Also wenn man da einsteigen könnte und dann den Fahrer ablösen könnte. Natürlich höchst legal. Das wäre natürlich cool. Das wäre richtig cool. Also wenn man mit der Hochbahn fahren könnte, das wäre noch so eine zusätzliche Schmankerl-Funktion in GTA 4. Da würde ich dann sagen, spiele ich das noch dreimal öfter. Einfach um die Hochbahn zu steuern. und dann vor allem beliebig schnell fahren. Oh. Oh nein. Ich wollte keine Passanten umbringen. Nur die Bösen. Nur die Bösen. Ähm. Äh. Ja, Entschuldigung. Tschüss. Ja, genau das wirst du tun. Bestimmt. Ähm. Tja, was sollen wir jetzt noch vier Minuten machen? Ich würde sagen, wir fahren speichern. Ähm. Und zwar. Hier. Ich meine, wir haben ja nur ein Haus. Haben wir nur? Ja. Ich komme immer ein bisschen durcheinander, denn später im Spiel hat man, glaube ich, drei oder vier Häuser und da muss man sich dann immer gut entscheiden, wohin man möchte. So. Oh, und die... Ah. Ja, der Krankenwagen war, sieht man ein bisschen langsamer als normal, aber... Also in der Stadt sind die ziemlich schnell mit dem Aufräumen. Das muss ich schon mal sagen. Gut. Ähm. Ah, was soll ich jetzt sagen? Ähm. Ich werde gleich noch ein bisschen Heavy Rain aufnehmen, ja? Das werde ich tun. Hm. Weil... Voll das Problem bei dem Spiel. Ähm. Warte. Unbekannt. Nico, wir treffen uns am Ende des Peers bei den Castle Gardens. Hm. Naja, erstmal speichert fahren. Ähm. Das Problem bei Heavy Rain ist, dass ich da selten, ähm, Zeit hab, ähm, über Dinge zu reden, die nichts mit dem Spiel zu tun haben, weil das die Stimmung versauen würde. Und hier ist es ja sowieso scheißegal, in GTA 4 versaut irgendwie alles, was ich sage, die Stimmung. Und deswegen kann ich hier labern, was immer ich will. Ich find's, in Heavy Rain, falls ihr das LP nebenher guckt, dann ist das dann natürlich noch besser, weil dann habt ihr irgendwie so einen Bezug dazu, dann könnt ihr, dann denkt ihr euch nicht jetzt, was ich, äh, während ich hier das erzähle. Mensch, worüber redet der denn? So ein Idiot. Der soll über GTA 4 reden und nicht über Heavy Rain. Ach, ich bewerte das Video schlecht. Ja. Was wollte ich über Heavy Rain sagen? Gar nichts eigentlich. Dass die Parts 40 Minuten lang sind, das wollte ich sagen. Und mehr nicht? Ähm, was für eine Information. Aber das hat ja bestimmt auch keiner von euch gewusst, der, naja gut, ist, ja, diejenigen, die nie auf den Kanal gucken, wussten das jetzt vielleicht nicht, aber... Beil dich ein bisschen, los. Hi. Hä? Naja, hä? Ihr verfolgt mich doch jetzt nicht, ihr Penner. Ich wollte euch die 5 Dollar zahlen. Ist doch nicht meine Schuld, wenn ihr die nicht annehmen wollt. Ja. Komm, da vorne wende einmal kurz für uns. Danke sehr. Du, da vorne hat er auch einmal gedacht, der hat schon gewendet. Das ist das erste Mal, dass mir ein Polizeiauto entgegenkommt, während ich die Brücke überquere. Ja, Premieren gibt es immer und überall in diesem Spiel. So, weg, 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 weg. Ich will speichern. Andererseits, 18 Minuten. Ach, warte mal. Ah. Hm. Ich bin am überlegen, ob ich jetzt zu... Ne, wenn ich zu Playboy X fangen würde, das würde ja nichts bringen, weil ich, man, ich mache das Spiel nach diesem Part hier aus. Drei Teile aufzunehmen reicht mir schon. Danach ist mein Gehirn so ausgelaugt, dass ich nichts mehr... Ach, warte, die verfolgen uns ja noch. Guck mal, das ist jetzt die restliche Aufgabe für diesen LP-Part, die Polizei abhängen. Das wird, glaube ich, auch nicht besonders schwer, denn ich sehe, da vorne ist eine Treppe. So, ha, ja. Jetzt können sie uns nicht mehr folgen. Diese Idioten. So. Perfekt. Habt ihr schon mal so eine Flucht gesehen? Und da vorne kommen die alle an. Achtung, die Polizei weiß jetzt noch, wer wir sind. Und jetzt? Hallo, Officers. Schönen Tag noch. Er ist da hinten lang, ich schwöre es. Hahaha. Sie haben es uns geglaubt. Elisabeth, was will... Ah, ja. Eine neue Mission für den nächsten Part. Ja, äh, in der Bid, also in zwei Tagen. Haha. Ja, so lange müsst ihr euch noch gedulden. Und wenn die bis dahin Jacob nicht umgebracht hat, dürft ihr euch auf einen neuen, spannenden Part freuen. Mit weniger dampfenden Autos. Dampfend oder qualmend, was das Auto jetzt gerade tut, ist mir auch egal. Ja, ähm, zwölf Uhr mittags in dem Spiel. Das bedeutet, perfekte Zeit, um den Part zu wenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.